Heiligenblut, Witki, Pahlpichleröffnung. Wir fahren jetzt Pahlpichler runter. Die Pichl ist noch nicht ganz offen, aber das werden wir uns dann gleich anschauen. Normalerweise geht es da runter. Das ist die steilste Piste von ganz Kärnten. Ist leider noch nicht präpariert. Es ist ein bisschen steinig, um das auch gut kärntnerisch zu sagen. Da unten in der Kurve fahren wir in den Tiefschnell rein. Wir fahren jetzt Schuss, Pahlpichl. Immer noch Pahlpichl. Einfahrt. Kurve. Schauf. Sollt ihr gehen, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr jemand. Und die Fantasie hinten. Gott, Gott, steh mir bei. Gott, steh mir bei. Okay. Was glaubst du, was ich mach? Ach, es kommt die Kamera raus. We hope for good snow and less stones. Schnell. Geht's. Let's go. Powder. 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 Yeehoo. Das war geil. Das war geil. Das war geil. König. airs.